Musik Hat Ihre Schwester das schon öfter versucht? Zweimal Warum? Wegen mir Ich bin gleich nach dem Abi von zu Hause weg ohne Diskussion Ich wollte studieren Die Metzgerei wäre mir egal Aber Ihren Eltern nicht Na, musst du jetzt heulen? Ist nicht dein Ernst? Weißt du, wie spät es ist? In einer halben Stunde kann er fertig in die Kanzlei eingeführt Schau dich doch mal an, das ist lächerlich Möge 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 Möge